Seit 1998 betreiben wir unsere gut ausgestattete, exklusive Zahnarztpraxis. Wir arbeiten mit der modernsten Ausrüstung, besten Materialien und Technologien, den strengsten Vorschriften und Gesetzmäßigkeiten der EU gemäss. Unsere Rezeptionistinnen helfen Ihnen bei allen Fragen und Problemen, von der Ankunft bis zur Abreise. In unserem gemütlichen Wartezimmer stehen Ihnen zahlreiche Dienstleistungen zur Verfügung. Unsere Ärzte besitzen sehr viel Erfahrung. Im Bereich technischer Ausstattung befindet sich unsere Praxis auf hohem Niveau. Wir bieten unseren Patienten in Ungarn zuerst in Betrieb gestelltes digitales PlanMeka Provan Panorama Ränge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sektenthal 4 Informationsprogramm, mit dem die Daten, Behandlungen, Behandlungspläne und Angebote gespeichert werden. Röntgenapparat an jedem Behandlungsstuhl eingebaut. Wir verwenden modernste Schmerzmittel, Mundkamera, mit der sämtliche Vorgänge im Mund auf einem Bildschirm dargestellt werden. Wir bieten auch hohen Hygieniestandard. Die Instrumenten werden in einem separaten Raum eingepackt und mit neuster Sterilisationstechnik aufbreitet. In unserer Praxis befindet sich in Ungarn zuerst in Betrieb gestellter E80-Behandlungsstuhl, das neueste Modell der Firma CAVO. Jahr für Jahr behandeln wir immer mehrere ausländische Patienten, die zufrieden unsere Praxis verlassen haben. Mit Unregelmässigkeiten ihrer Zähne wie abgebrochenen Zahnecken, zu kurzen oder schiefstehenden Zähnen oder mit Lücken zwischen den Zähnen müssen sie nicht länger abfinden. Die Lösung ist die vollkeramische Rekonstruktion. Venas sind dünne, vollkeramische Schalen, die speziell für verfärbte oder abgebrochene Zähne angefertigt werden. Ihr natürlicher Zahn wird erhalten, es wird nur die Optik wiederhergestellt. Wenn einer oder mehrere Zähne fehlen, ist ein Implantat eine hervorragende Alternative. Unsere Mundchirurge besitzen langjährige Erfahrungen im Bereich der Implantologie. Sie bilden sich ständig fort, sie benutzen also den neuesten technischen Standard. Implantate und Zahnersätze sind am häufigsten durchgeführte Behandlungen. In unserer Klinik wird das modernste Nobel-Biocare-Implantationssystem verwendet. Alle Operationen werden mit CAVO-Infrasearch-Implantationsmotor durchgeführt. Bei Zahnimplantaten handelt es sich um eine kleine Vorrichtung aus Titan, die als Ersatz für die Zahnwurzel eines fehlenden, natürlichen Zahnes dient. Normalerweise hält es ein Leben lang. Wenn Ihnen nur ein Zahn fehlt, ist eine Zahnkrone auf einem Zahnimplantat vermutlich die beste Wahl. Wenn Ihnen aber mehrere Zähne fehlen, empfehlen wir Ihnen eine Zahnbrücke. In der Vergangenheit wurden Kronen und Brücken herkömmlicherweise aus Metallkeramik gefertigt. Jetzt ist der Einsatz von Metallkeramik dank der Entwicklung moderner Vollkeramik mit beispielloser Stabilität und natürlicher Ästhetik nicht mehr erforderlich. Vollkeramiklösungen sind absolut gewebefreundlich. Unser fachbezogenes Team wird von unserem Labor höchster Qualität ergänzt. Hier werden unsere schönsten, trotz ihrer Arbeiten, verfertigt. Möchten Sie blendende weisse Zähne in 60 Minuten haben, dann wenden Sie sich an uns. In unserer Zahnklinik werden die Zähne mit Beyond Whitening System aufgehellt. Beyond Whitening System ist die modernste Methode der Zahnbleichung. Es ist die sicherste und erfolgreichste Art des Zähnebleichens. Behandlungen unter Verwendung der Beyond Lampe wurden bereits mehr als eine Million Patienten risikolos durchgeführt. Die Verfärmungen verschwinden gleichzeitig von den Unter- und Oberkieferzähnen. Die so behandelten Zähne können eine Farbverwässerung von 5 bis 14 Helligkeitsstufen zeigen. Die Gleichwirkung hält bis zu 2 bis 3 Jahren, abhängig von der Art und Weise der Ernährung und individuellen Neigungen. Das ist die Wahrheit. Bis zum nächsten Mal.